Das geht ab, meine Liebe, ein Mann am Start hier. So, machen wir nochmal ein Röntgenfettbänker. Hoffen wir mal, dass hier was passiert. Und für alle, die wissen wollen, wo ich online am Zocken bin, Leute, checkt auf jeden Fall unten den Link ab. Einfach in die Kommentare gehen, da ist meine WhatsApp-Gruppe drin. Einfach da reinkommen, da kriegt ihr jeden Tag eure Infos. Oder ihr könnt mich auch privat anschreiben, dann kriegt ihr natürlich auch direkt Infos. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen klar machen. Der dicke Hund hat uns letztes Mal auch in der Scheiße sitzen. Und dann machen wir ein bisschen lauter hier und abfährt. Machen wir zwei, drei Millilie hier, zum Anbrechen. Dann wollen wir mal gucken, wie man da ja auch kommt, wie treibt. Klar treibt der nix. Komm, machen wir mal direkt jetzt noch mal zwei, drei Stück. Alles zu spät hier, kannst du wohl da noch mal Tropione hier trittest. Jetzt mal ganz hinten, das ist natürlich das schlechteste vom schlechtesten. Okay, das war noch mal Glück im Unglück hier, gleich der Fuffi. Fängt da schon wieder super an hier. Das ist das Problem jedes Mal, wenn du hier nicht wenigstens so zwei, drei Stufen weiterkommst, dann sieht das düster aus. Also wie gesagt, so vierte Zone müssen wir mal rein, alles andere ist kackalache hier. Das ist zu weit, wenn wir nochmal oben auf 300 noch was kommen, damit wir nochmal bei ihnen machen können. Das wird natürlich hier ganz angesenktes Ding. Drei Minuten gespielt, direkt eine auf dem Tabernat für die Christ. Sechs Spiele, drei Dinger, ja gut, ein bisschen Hoffnung. Da weiß zwar keiner, wofür Hoffnung ist, wenn er so scheiße läuft, aber ja gut. 28,99, ja das kippt ja mal. Ja, das ist auf jeden Fall eine Arschrasur, da wächst in den nächsten 80 Wochen kein einziges Haar. Da ist es nicht so, dass ich jetzt auf jeden Fall eine Arschrasur, da wächst. Da ist es ein bisschen, das ist ja auch etwas. Da ist es ein bisschen, das ist's, ich glaube ich habe, das ist jetzt schon mal ein bisschen zu tun. sieht nicht schlecht aus die frage ist natürlich nur wie lange das spiel ist schwer ja jetzt kommt bestimmt wieder einer um mich hier noch abzunerven komm jetzt jo sauber und noch schön hinten bzw vorne dadurch schon mal gut kriegen wir ein paar kröten noch mal zurück ok sauber ich denke mal so 150 oder was ja gut oder so 6,58 gutes geld man für 50 cent gut er hat zwar auch dementsprechend gefressen aber für den billigen bonus komm den nehmen wir nochmal mit für fünf dollerei einfach mal einmal gucken danach können wir ruhig wieder super nehmen ok sehr gut ja 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 sexister ja ja schon Schade. Ja, wäre jetzt nochmal die goldene Blechtrommel da vorbeigekommen und hätte nochmal die Dinger gegeben, wäre super gewesen, Mann. Aber ja, gut. Kaufen wir nochmal den billigen. Was soll das denn? Wenn er ein bisschen läuft. Dann haben wir ja Banane. Warum soll man denn den teuren nehmen? Da kommen wir ja genauso weit mit. Deswegen sage ich ja Leute, ihr müsst nicht immer so spielen oder so wie ihr das von mir hier seht. Ich kann natürlich auch den billigeren nehmen. Wenn er Bock hat, dann läuft er auch. Blöde ist halt nur, wenn du den billigen nimmst, dann hast du natürlich keinen Vorteil. Aber was heißt Vorteil? Vorteil hast du sowieso nicht. Aber so hast du dann wenigstens immer noch einen Multi dabei. So bist du hier die ganze mit den normalen Wilds am rumtümpeln. Okay, komm erst mal hinten. Ach, komm. Ach, schade, Mann. Shit. Komm, Auto. Ach, komm. Auto wieder kein Benzin gehabt, um loszufahren. War ja wieder klein. Mann, Mann, Mann. So, dann auch kaufen wir super, wenn jetzt nichts geht. Muss der Rainer Kallmund aber hier weitlaufen halt. Ja, das war das dann wohl. Schade. Ja, gut. Komm, kauf mal jetzt mal den Super. Komm, gute Multis. Ach, ich hab den billigen noch mal genommen. Mann, Mann, Mann. Das ist echt verdrückt. Das ist ein Idiot. Dann wäre ein accelerier. Bis dann. Oh, Mann. Muss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Männer, wieder hinten. Ach, komm, Alter, was ist das denn? Junge, 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 Junge. Ja, Junge, das hat da wieder hier voll Abstoßcharakter, Mann. Meine Frisse, ey. Komm mal hin, oder wo? So eine schöne Möglichkeit, immer sieben, dann kriegt da nichts mehr. So, weg, Spiele. Schauen wir mal. Komm, Mann, gib direkt wieder ein, um nach vorne zu feiern. Ach, Mann, 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 ich hasse diesen normalen Bonus hier zu kaufen, naja. Sieht nicht? Oh nein! Oh nein! B-Wischen ohne olive, Ungefä시면 herbe Castro Rs. hatch uit! Begl, bis was. wie gibt der mir einen normalen bonus weiß ich nicht so vom feeling du bist ohne multi unterwegs du bist nicht direkt eine stufe weiter dies da klar kann er auch so wie eben mal so mit einem normalen so ein bisschen hier und da was abchecken aber natürlich dann auch schwieriger weil die summen die er dann zahlt sind dann auch dementsprechend niedriger als dann doppelt so viel oder was weiß ich das ist das ding hier man ja und das war dann sowieso wieder ja gut leute kommt bevor ich jetzt noch mal ein kleiner 15 kaufe noch mal das video mal auf stopp gucken wir mal ich zahl noch mal ein und dann schauen wir was im nächsten part geht denkt an die whatsapp gruppe für alle leute die online peitschen wollen check mich ab und ja man hat einen schönen abend haut rein